Ok, du kannst ja eigentlich den Hafen auch vergrößern, außen. Ja. Wir wissen ja jetzt wie. Mhm. Alter, unter mir diese Rieseninsel, guck die dir mal an. Welche? Unter dir und unter mir. Ah, die? Ja, die habe ich auch schon. Die werde ich für Sand bewohnen müssen. Wie sollst du nicht von Anfang an die genommen? Ich wollte, aber ich fand keinen guten Platz, fand ich irgendwie für Mine gleich so. Und ich fand das nicht so schön irgendwie. Keine Ahnung. Hätte zwar hier eine große Fläche an Strand, aber irgendwie hat es keine Mine im Anzugsgebiet. Okay. Ich sage dich, und ich muss jetzt nicht so weit, also werde ich nicht so viel Geld gleich verliehen, weißt du? Ich mache 52 Verlust, man. Da fuck. Ja, ich mache für Gebäude und da hat minus 70. Okay, ähm, also was kommt jetzt aus nichts? Ist das? Was ist das denn du Sven? Wie viel machst du? Jetzt? Ich? Oh, er. So, plus 2. Einfach machst du plus, man. Das schick ich gerade nicht. Du hast die Steuern bis hin zu hochgetan. Ja, ich auch. Sogar bis ins, äh, äh, gelbe. Keine Ahnung, was hast du denn so gebaut hast? Nicht viel mehr als du. So, aber gleich viel. Ja, eben. Vielleicht habe ich mir gebeute? Nein, ich glaube es nicht. Wie viele Einwohner hast du? 124, du? Hä, was? Warum hast du schon so viele Einwohner? Keine Ahnung. Ja, okay, ich habe erst 45. Okay, dann ist ein bisschen verständlich, ne? Okay, äh, es ist, wenn fragte, was zu machen. Ja, du kannst auf ein Haus klicken und die Steuern, und dann die Steuern erhöhen. Ich habe noch was an, was ich auch machen kann. Ich glaube, langsam checkt es. Boah, was ist das? Was ist das bei mir? Ja, nein, ich nicht. Das ist einfach nur ein anderes Schiff. Wow, okay. Der nimmt dir nichts weg und... Keine Angst. Ach, klar. Das ist sozusagen... Ach, äh, mehr, mehr Steuern, ne? Ja, das ist sozusagen, da ich unser Chef. Okay, ich tue es mal so, dass, äh, das nicht gerade unzufrieden ist, sondern beim Hellgrün, okay? So ist gut? Du kannst auch sie ins Gelbe machen. Okay, ins Gelbe mache ich mal. Okay, gut, habe ich gemacht. Sehr schön, okay, gut. Scheiße, das Eintest tanzt so ein bisschen aus der Reihe gerade bei mir. Das finde ich nicht schön. Produktionsgebäude. Was? So, du gehst jetzt hier auch richtig an. Ah, ne, aber Fischerei hatte schon, das ist gut. Wieso kann ich dir nicht so einbauen, fick dich? Mach dich halt so hin, so. Hm. Ah, ich weiß, warum ich nicht so viele Einwohner habe, Sven. Wieso? Wenn meine Steuern so hoch sind, ziehen sie nicht so viele ein. Okay. Und darum habe ich nur so immer ein pro, äh, pro Haus. Darum, habe mich schon gewundert. Ja, hab ich ein Prohaus, hab ich vier Prohaus. Drei, zwei, 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 eins, sieben. Nice, ich kann ein Casino bauen, das wollte ich jetzt gerade. Scheiße, man, zieht doch rein, bitte, scheiße. Ich habe eine Idee. Wieso produziert das so wenig? Was handelt eigentlich? Äh, ich meine, Bauzellen. Hm, egal. Ach, jetzt hat es drei plötzlich. Auch nice. Ach. Das brauche ich dann hier hin, das kann man so perfekt. Geil, geil. Jetzt habe ich gerade das Beste gemacht, was man braucht. Wow, um, wie geht es jetzt weiter? Mehr, du brauchst dringend mehr Häuser. Mhm. Okidoki, das mache ich. Äh, wie viel bist du, machst du plus oder minus? Das ist jetzt so ganz oben, links. Äh, minus 25. Ok, gut, du brauchst, du musst jetzt einfach mehr Häuser bauen. Ok. Ich habe, da jetzt geht, ja. Deine Spiritusenfabrik braucht noch Felder. Ja, ich habe es geschafft, meine Arbeiter hochzutreifen, das was ich gemacht habe, ist, wenn, ich habe alle, außer wieder abgerissen, hat noch Hild gemacht. Wirklich? Ja. Das war klug, ne? Ja. Oh. Verbieg mir der Fruchtbarkeit. Ja. Produziert hier, na scheiße, das war ein klug. Auch scheiße. Damit. Äh, Felder machst du in dem, die auf die Spiritiosen verpflichtet, Sven, ne? Ok, gut. Und dann, ne, kannst du so viel zu wissen. Sven, baut sich gleich zwei. Ja? Du. Baut sich gleich zwei Spiritiosen verpflichten. Meine wollen saufen, ne? Ja, so soll ich vermannt. und das ist wirklich nicht mehr dorthin ihr plus 18 ich mache Plus ich mache Plus ich glaube ich gehe mal bei einer bei meiner Aachen mal schnell Bautzellen aufgenommen Bautzellen Bautzellen ich habe zu wenig Bautzellen ich habe bald eher zu wenig Werkzeug Bautzellen produziert sich endlich genug zu für meine es tut aber es gleich zwei spiritiöse Fabriken einmal bei mir reicht eine noch nicht noch nicht mehr und ich habe nicht genug beim Baumarkt wir leben RR an er ist zu warten Katia Katia was ich bin oft geschrieben naja ich habe noch gar keine Sine bauen oder schon reißte einfach die Fischerei ab sicher jetzt erst mal ein bisschen bisschen hier ging bauen was wie gut wie sie ich habe es so bei euch auch sehr ich habe viel viel mehr Häuser ach ihr habt sogar zwei solche Stadtzentren also ich habe nur eins ich habe zwei bestehende Waren stehen zur Abholung bereit das äh bei Age of Empires ist heißt Dorfzentrum machen wir meistens auch zwei also ist natürlich schon gut hier weiß ich es natürlich nicht aber naja so hier mal ein bisschen ein bisschen von meinem Strand bauen ein Strand der war schon schon Mauern ich muss abweisen sorry da baut diese Spaß einfach schon Mauern ich glaube es nicht ey was erlaubt er sich wieder weimar doch so yeah ich kann das Casino bauen 2 aber wie es so ist so ganz langsam kann sie ganz langsam klar 4-port-zellbar ich doch um schneller Schnellauts Schnellmochschwebe und Schnellmochschwebe und Schnellmochschwebe Schnellmochschwebe Morgens stark nicht nein ich denke wenn wir durch schon die Liefung warum ist seine Archer und so eine Scheiß Positionszent ich habe keine Ahnung kannst du die nicht besser setzen noch leider nicht ich kann nicht für sich aus da ist es glaube ich kann man da man könnte schauen sind sie jetzt auch schon wie einfach alles aufblinkt genau ich wollte ich wollte ich wollte die die Lattung das Club ach ja um es werden die Felder musste nicht an den Weg bauen weil ich habe sie eigentlich auch gar nicht ich habe einfach auch für diese diese Doppelzäune hier Dings geklärt und ich weiß es ist hat jetzt automatisch ihr habt ihr so zum Beispiel was sie hier ich habe gar kein Stab sind aus so solches so ich versagt hier ich habe als solche soll ich vorbei mir hier auch ich glaube ich mache noch eine dritte bevor ich wieder zu wenig haben also bei mir ist es im Lied das Problem er bei dir immer das stimmt Fakt so habe ich jetzt Scheiße und Systeme bereit warum hast du Scheiße das Schimpfung jetzt habe ich mir baut zehn geworden jetzt brauche ich alle keine Bauzellen mehr weil ich jetzt schon wieder 15 habe es aber erst aus so Weltzeugen ja genau was sagst du was habe ich mir angefordert ich habe mir keine Bauzellen gefunden zum Weg Zeug leck mich okay was was dann baue ich halt jetzt hier ach stimmt ich kann jetzt Werkzeugfabriken bauen ich glaube ich scheiße ich brauch Werkzeug dazu um ein Mensch ich fest um Prozent Schwertfisch Schwertfisch meine heißt Horizont auch genau wie heißt meine Stadt hier eigentlich meine Stadt heißt du kletzt was du rechst E. Kui lieb Krio Kermit der Fahrt ich nenne ich Westenhausen so für die Kursen Wörst Jürgen Hose weißt du meine Stadt ist einfach du kletzt was du rechst man die ich produkte ich produziere Kondome in meiner Stadt Sven weißt du wenn ich weiß wie ich meine Schiffe benennen um nach Liga Flächen Champions langweilig ach ja ich hab's glaube ich schon mal gelesen also so mein erstes heißt Starius genau genau das hab ich schon mal als wir doch mal schon was sucht haben aber das ist sehr gescheitert also ja E.T.U. siehst du auch Jakob ach ja genau wir spielen ja hier jetzt mit aufgedeckter Map eigentlich hätten wir mit un und um aufgedeckter gespielt aber das wenn ja noch nicht gerade so sein erstes ist deswegen haben wir jetzt hier nicht mit Alter das sieht voll episch aus hier mit dem Unterwasserfühlken bei E.T.U. kannst unter Wasser tauchen ach das der blaue ne ist verirrt sich selten jemand voll episch aus ich weiß ich werde jetzt eine Insel suchen die wieder so Ökobilanz Ohr ich habe eine Insel gerade da ist ein Raketenteil die hier hier muss ja es werden die Insel recht oben rechts oben von mir die muss man anschauen gehen das ist einfach eine ein kaputter Atomtraktor ja ich sehe es als sie voll geil aus irgendwie wie so grün leuchtet das ja klar eine ausgelaufener Radioaktiv die er hat sich auf die Führung eine Radioaktiv Prozent ein Atomkraftwerk aus dem Radioaktiv Verscheißen aus ist immer das beste genau das okay gut ich muss jetzt hier aber noch mehr Häusern und das war eine Scheiß Idee 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 Halt die Fresse danke du weißt nicht mehr was ja ich mache mein Stadtzentrum abzubauen und dann kann ich den Weg hinterher nicht um abzubauen so so gut dann brauche ich hier noch ein paar Häuschen an um jetzt schicke ich gar nichts mehr h Peter muss ich den hier wieder aufreißen was ist Jakob ich freut mich gerade was ich glaube ich hab Scheiße man es war voll richtig mein Stadtzentrum abgebaut und wieder hingebaut obwohl es voll richtig war mehr einige Häuser haben sich bei euch ziemlich gut entwickelt Aachen Casino das fand ich gut für die Stimmung die geht dann Aktivität da war glaube ich wahrscheinlich die Dorfbewohner auch mehr zahlen lassen oder die unten bezahlen sie mehr es brauchen die um aufzusteigen ja ja ich weiß bei einige Häusern sind bei mir auch anders aus glaube ich so spiel gespeichert gut ähm ich glaube ich sehe bei dir ein perfekter Ortfilter